Nochmal, leg ab und zieh ab! Was? Ist das schon wieder Risse gewesen? Nein! Was sind denn das für Schüsse? Also ich darf doch bitten, ich bin in der ersten Bundesliga, ja? Hey Fieber-Freunde, was geht ab? Und willkommen zu einem neuen Video. Schon wieder ist Paluten dabei, Peterle vs. Paluten. Ja, das ist ein Format bei mir. Und heute spielen wir wieder gegeneinander. Letztes Mal hatte ich PSG, weil wir haben... Junge, da war ich so salty. Blöde Hamburger SV. Und dann habe ich noch zwei noch auf den Sack bekommen. So, da haben wir ja... Wie soll man es eigentlich nennen? A bis Stopp gemacht. A bis Stopp, genau. Wir haben A bis Stopp gemacht. Der eine zählt von A bis Z. Und er sagt dann Stopp. Und da muss man sich ein Team aussuchen. Okay, möchtest du diesmal anfangen bei mir? Ja, okay. Gut. A. Stopp. Was Stopp? Wieso sagst du Stopp? Ja, ja. Stimmt. Ich sag selber A und stoppe bei mir selber. Okay, nochmal neu, sorry. A, B, A. Stopp. C. Du brauchst so lange? Ja. Wie schnell machst du denn? A, B, C. Mein Gehirn kommt nicht so schnell mit. Ja, und wie gibst du denn bei C? Du hast Stopp gesagt. So, ich hab A und dann Stopp. Komm, wir machen nochmal. Letzte, dritte Runde. Nee, nee, nee. Ich nehme jetzt hier irgendwas mit C. Wen gibt's denn mit C? Chelsea. Chelsea. Ja. Ja. B, A. Stopp. K. Ja, Klaus weiß ich nicht. Klaus, Alter. Mit K? Kennst du eine Mannschaft mit Klaus? Köln. Ja, Köln stimmt. Trotzdem nicht. Nee, warte, ich kann ja nicht. Doch, du kannst Chelsea nehmen. Nee, ich nehme auch Chelsea, das ist ganz klar. Mit K. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was es mit K für Mannschaften gibt. Würde ich mich freuen. Da werde ich das nächste Mal nämlich Bescheid, meine Damen und Herren. So, hier ist der Anstoß, meine Damen und Herren, 1. FC Köln heute im Champions-League-Finale gegen Chelsea. Der Traum ist wahr geworden für viele Kölner. Oh Gott, Alter, was ist denn hier los? Endlich mal wieder ein Finale. Das Finale darum. Wenn es nur die C-Jugend ist. Aber es ist ein Finale. Oh Gott. Was ist denn das für ein Abwehrspieler, der gegen Stürmer nichts ausrichten kann? Boah, schön abgeblockt, Alter. Da hat er sich einfach festgefahren. Oh, oh, shit. Nochmal hin. In der Block. Eigentlich doch. Und Eckball. Heinz, Alter. Typischer Kölscher. Oh, lauf daneben. Ja, stark. Soll er sich fallen lassen. Darum ist Palle immer aus, Damen und Herren. Palle will immer einen Elfmeter haben. Was war da denn? War das ein Fuss? Ja, das war ein Schuss. War unten. Da ist Dominic Marot. Leg ihn ran vorbei. Jawohl. Modeste, wo bist du? Da ist ja gar keiner. Was ist denn das für eine Flanke? Nein. Jawohl, werfen sich dazwischen. Das sind die menschlichen Schilde, Alter. Meine Stürmer sind viel zu hoch, ey. Die Kölner bekommen Aufwind. Ist das die erste Torchance? Das war knapp. War knapp. Puh. Schau mal zurück. Gott. Boah. Junge, er hat mit seinem Kopf gebremst. Boah. Nein. Boah. 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 Nice gemacht, Alter von Horn. Gut, dass er noch drankommt. Das ist ja Wahnsinn. Wie er da durchkommt. Und er noch den Ball abschirmen kann. Nein, nein, nein. Herr Schiedsrichter. Was hat Ball gespielt? Ich bitte Sie. Jawohl. So, der zweite Halbzeit. Kölner. Hatten eine Torchance. Vielleicht haben sie zwei. Oh, schön. Schön schieß. Gott, oh Gott, oh Gott. Und oben. Junge, er kommt dran. Wie? Ey, ganz ehrlich, mir Risse, Mann. Wie schießt der denn? Er schießt immer nach rechts. Egal, wie er schießt. Torwart. Torwart. Ey. Der hat erst ein Foul gewesen. Nee, Mann. Der ist über den Gefallen. Oh, Modest. Komm schon. Ja. Nochmal, leg ab. Und zieh ab. Was? Ist das schon wieder Risse gewesen? Nein. Was sind denn das für Schüsse? Also, ich darf doch bitten. Ich bin in der ersten Bundesliga, ja? Okay, ist noch Zeit. Ja. Jetzt. Modest. Junge. Nein. Wie hat der den denn gehalten? Ich muss dir eins sagen, ne? Die Kölner hängen sich richtig rein. Guck. Mit Leib und Seele. Mit Leib und Seele. Ich bin ja auch in die Wände. Biedelt sich ja auch mal einer an. Und jetzt nochmal. Modest oben. Er pfeift ab. Er pfeift ab. Ich habe doch Vorteile. Ist er wahnsinnig? Wäre echt eine Frechheit gewesen vom Schiedsrichter, ne? Also, das war tatsächlich nicht ganz koscher. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich... Junge, du hast es einfach gemeint. Junge. Du wolltest den anspielen. Das habe ich gesehen. Aber das ist auch kein Grund für dich, ihn einfach zu töten, Mann. Hector hat genug von dir. Er hat schon viel Brot, Alter. Er hat genug. Oh Gott. Oh Gott. Nicht drehen lassen. Schönen Torwart. Foul. Was? Wo denn? Der war fau. Es hat Ball. Es hat Ball. Nein, der... Überhaupt nicht. Stell dir da hin. Junge. Was machst du jetzt? Hin. Nein, Mann, Alter. Sauber. Wer war denn das? Oskar? Ne, mein... Ivanovic. Junge, dass der überhaupt nach vorne kommt, Mann. Torwart. Komm raus, Mensch. Peter, kann sein, dass sein Controller wieder nicht funktioniert hätte und dass du ihn deshalb nicht rausholen konntest? Ja, das kann sein, Mann. Was ist denn da los? Weil Peter hat ja so ein paar Computerprobleme. Ne, ich hau den Player immer kaputt. Das ist keine Schande. Bei FIFA muss man emotional werden. Und man muss auch ein bisschen rumflamen. Das gehört einfach dazu. Das darf auch niemand ernst nehmen. Ganz ehrlich. Boah, Alter. Nein, wieso schießt du denn, Courtois? Das ist nicht automatisch. Mann! We are the champions. Junge, wird der Riss ja nicht immer Richtung Eckfalle schien? Dann hätte ich vielleicht ja mal ein Tor gemacht. We are the champions. Mann. No time for losers. Because we are the champions. Ja, meine Damen und Herren, das war's von Peter vs. Paul Loh. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Haut rein. Tschaußen.